Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Bevor das Video anfängt noch gerade eine Anmerkung. Ihr befindet euch hier auf einem Kanal für fleischfressende Pflanzen. Der Name sagt es schon, die fressen halt nun mal Fleisch. Bitte lasst so Kommentare wie Tierquäler oder das arme Tier, weil die müssen halt auch mal gefüttert werden. Und wenn ihr das nicht wollt, dann könnt ihr jetzt auch gerne abschalten. Ich habe in meinem Zimmer das kleine Tier hier gefunden. Ich glaube es ist eine Art Zikade oder so. Und weil die Venusfliegenfalle noch nicht gefüttert wurde, habe ich das jetzt mal hier gemacht. Zack, da ist es auch schon. Da hat sie schon zugeschnappt. Die Zikade oder das Tier ist direkt reingelaufen. Und die Venusfliegenfalle schnappt sofort zu. Es gibt keine schnellere Pflanze im Pflanzenreich. Und hier sieht man sie dann nochmal da in der Pflanze drin. Das Tier bewegt sich noch ein bisschen. Wird dann aber bald schon von den Säften der Pflanze aufgelöst. Ja, das war es dann auch schon. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen oder ein Abo da. Daumen nach oben. Bis dann und ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. análOiska.